Das Eis ist zwar bereits geschmolzen, wir wollen aber trotzdem die erfolgreiche Saison der ECU am Stettner Wölfe noch einmal Revue passieren lassen. Und dazu begrüße ich bei mir im Studio ganz herzlich zum einen Andreas Friedl und zum anderen den Spieler Jakob Weilguni. Herzlich willkommen. Hallo. Abgelaufene Saison wirklich sehr erfolgreich gespielt. Im letzten Spiel der Best-of-3-Serie konnte man bereits nach zwei Spielen eigentlich nach Hause fahren mit dem Sieg in der Tasche. Vielleicht kurz die Eindrücke von diesen Spielen gegen Zwettl? Ja, also die Spiele waren sehr interessant. Zum ganzen Saison allgemein haben wir sich im ersten Platz einmal im Grunddurchgang gekämpft. Das war dieses Jahr ein bisschen schwieriger als letztes Jahr. Aber ich war auch erst im Grunddurchgang, jetzt haben wir das Heimrecht gehabt. Das war schon einmal ein großer Vorteil. Im ersten Spiel haben wir sich, ich will nicht sagen leicht, aber wir haben einfach ein super Spiel gehabt. Wir haben wirklich sehr, sehr gut gespielt. Es war sicher das beste Spiel in der Saison. Vielleicht eine Information für die Zuseher. Das erste Spiel ist ja mit 7 zu 1 an die Wölfe gegangen. Also eigentlich sehr klar. Genau. Wir haben wirklich das beste Spiel von der Saison. Es ist eigentlich auch unser Ziel gewesen, bei jedem Spiel besser werden und am Ende von der Saison im Finale die unsere besten Spiele zeigen. Und daheim hat man es auch gezeigt. In Zwettl war es dann ein bisschen was anderes. Mit Dauerregen und nicht gerade die besten Verhältnisse. Bei einem Freiplatz war das für uns sehr schwierig. Wir waren zwar wieder die bessere Mannschaft, haben viele Chancen gehabt. Haben aber nichts reingehaut. Haben sehr viel vernebelt. Und ja, dann ist es sehr schwierig. Gleich einmal nach, warum ist da nichts reingegangen in Zwettl? Ich würde einfach sagen, es war relativ schwierig. Die Kremser waren natürlich auch sehr gut aufgestellt. Haben gewusst, sie müssen in dem Spiel gewinnen. Um nur eine Chance zu haben. Und von dem her waren die natürlich in der Defensive sehr wachsam. Offensiv ist er Gott sei Dank auch nicht allzu viel gelungen. Und von dem her haben wir dann letztendlich das Spiel doch für uns entscheiden können. Auch wenn es spannend war. Aber so eine Chance, dass man beim zweiten Match die Meisterschaft nach Hause holt, lässt man sich natürlich auch nicht entgehen. Und von dem her war das dann schnell gegessen. Ich stelle jetzt die Hätte-Wäre-oder-Wäre-Hätte-Frage. Wenn man sich auf ein drittes Spiel einlassen hätte müssen, was wäre dann gewesen? Kann man nicht sagen. Bei einem dritten Spiel kann alles passieren. Es ist das entscheidende Spiel. Man kennt das beim Fußball, im Fernsehen, Champions League, das entscheidende Spiel. Da kann immer was passieren. Da kann auch die schwächere Mannschaft gewinnen. Ja, gut zu sagen haben wir es nicht gehabt. Es war heuer ein wenig schwieriger als das letzte Jahr oder Jahre zuvor. Warum? Es hat schon angefangen mit dem Start. Und zwar, wir haben sich eigentlich super vorbereitet auf die Saison. Sehr gut trainiert. Dann warten wir auf das erste Meisterschaftsspiel. Und das ist angesagt worden. Weil die ersten zwei Spiele wären auswärts gewesen, auf Freiplätzen. Und weil der Herbst so mild war, ist, haben die noch kein Eis gehabt. Wir hätten ihnen angeboten, dass sie bei uns spielen. Aber das wollten sie nicht. Jetzt haben wir eigentlich erst Mitte, Ende November die ersten Spiele gehabt. Beisterschaftsspiele. Und das war, finde ich, sehr, sehr anstrengend. Wir haben dann eigentlich sechs Wochen, sieben Wochen fast, also nur trainiert und kein Spiel gehabt. Das war am Anfang sehr anstrengend. Und ja, dann sind wir auch reingekommen in das Ganze. Aber es war ein bisschen, ja, einfach schwierig. Wir haben zwar erst nie ganz schlechte Spiele gespielt. Wir haben aber auch nie erst ein Spiel über drei Dritteln durchgehend gut gespielt. Es war ein bisschen durchwachsen. Ich schweizum sagen, warum. Weil die Motivation gerade im Training war extrem hoch und auch in die Spiele. Trainingsbeteiligung war wirklich wieder unglaublich. Vielleicht haben sich ja die anderen Mannschaften besser auf uns eingestellt. Das kann natürlich auch sein. Ja, nichtsdestotrotz ist die Freude dann vielleicht umso größer, wenn man ein wenig schlechter in die Saison startet und dann doch als Sieger eben dieser niederösterreichischen Elite-Liga herauskommt. Natürlich. Jeder Meistertitel ist das Ziel, auf das man eine ganze Saison hinarbeitet. Und wenn es dann der Dritte in Folge ist, ist es natürlich umso schöner. Aber genau das, was ich zuerst noch dazu sagen wollte, macht es vielleicht auch umso schwieriger, wenn man einen Titel verteidigt, dann ist das Ganze natürlich eine andere Aufgabe, als wenn man zum ersten Mal Meister wird. Man hat einen anderen Druck, man geht anders in die Spiele hinein. Man ist vielleicht am Anfang ein bisschen zu locker. Und das muss man halt schnell ablegen und wieder Vollgas Richtung Meistertitel kämpfen. Und natürlich macht es das dann umso schöner, wenn man es zum dritten Mal hintereinander dann den Pokal abholen kann und feiern kann. Gratulation natürlich von meiner Seite. Aber nicht nur diese Kampfmannschaft sozusagen war sehr, sehr erfolgreich, sondern auch das Farmteam. Du bist auch mit dabei, mit im Kader dieses Farmteams, dieser zweiten Mannschaft sozusagen. Und auch hier gelang eben der dritte Platz in der zweiten oberösterreichischen Landesliga. Genau. Klar auf der Hand gelegen, dass man hier so gut absandt? Von Anfang an würde ich jetzt nicht sagen, dass es ganz klar war, dass man hier so gut absandt. Aber die Leistungen wurden immer besser. Wir sind teilweise etwas schlecht in der Saison gestartet. Wurde immer besser und haben eigentlich relativ knapp dann den Einzug ins Finale sogar verpasst. Wir haben im Halbfinale gegen Tron das zweite Spiel knapp verloren und sind so nicht in das dritte Spiel um den Einzug ins Finale gekommen. Schade, ja, passiert im Eishockey. Aber im Spiel um Platz drei war es dann eigentlich ziemlich eindeutig und ziemlich klar gegen Steyr. Und so haben wir mit der zweiten Mannschaft auch den dritten Platz immerhin erreichen können. Es war eigentlich ziemlich erfolgreich, die Saison auch in der zweiten Mannschaft. Und das war eigentlich auch das Ziel, das wir erreichen wollten, zumindest unter die Top drei kommen in der Liga. Und somit hat das eigentlich ganz gut gepasst. Also auch eine starke Mannschaft beim Farmteam? Ja, ich würde sagen, die Mannschaft entwickelt sich immer besser. Natürlich sind da jedes Jahr wieder neue Spieler dabei, die von der Jugend nachrücken und nach dem Farmteam einmal die erste Erfahrung schnuppern, wie es in der Kampfmannschaftsnähe ungefähr so zugeht. Und von dem her wächst die Mannschaft, treibt. Und natürlich lernen sich die Spieler besser kennen, können besser miteinander umgehen. Wir trainieren auch sehr eifrig in der zweiten Mannschaft mit unserem Trainer, mit dem Markus Fuhrmann. Und von dem her denke ich, dass das nächste Saison noch besser werden wird, als es heuer schon war. Also es kann mit sozusagen auch ein Grund sein, dass der Nachwuchs so stark nachkommt, dass das Farmteam eigentlich top funktioniert, dass auch eben die Kampfmannschaft, wie gesagt, auch heuer den Titel zum zweiten Mal umgehölte hintereinander. Ja, also auf alle Fälle. Wir haben in Amstetten immer schon einen guten Nachwuchs gehabt. Die jetzige Kampfmannschaft besteht zu 99 Prozent aus Amstettener Nachwuchsspielern. Und das ist auch unsere Philosophie, dass wir mit Amstettener Spielern so gut wie möglich spielen. Bisher bringen wir es immer super zusammen. Und jetzt im Farmteam kommen jetzt da schon die nächsten 16-17-Jährigen in die zweite Mannschaft, spielen da schon recht fleißig, sind da, werden langsam zu Leistungsträgern, trainieren bei uns in der ersten auch mit. Also sie schnuppern bei uns beim Training auch nicht. Und ich hoffe, dass die dann die nächsten paar Jahre bei uns in der ersten, die alten, dann einmal ersetzen werden. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin beim Thema Nachwuchs, der eben, wie gesagt, top funktioniert. Wenn ich an meine Zettel schaue, habt ihr heuer sehr, sehr viele neue Spieler auch dazu gewonnen. Von ganz jung bis eben, wie gesagt, zur Jugend. Was macht man oder was ist das Rezept hier auch, so erfolgreich agieren zu können? Ich glaube, da kommen ein paar Faktoren zu haben. Erstens einmal, ich glaube, wir haben ein bisschen Glück mit dem Wetter, weil es zum Skifahren nicht so gut geht. Es suchen viele Alternative und da ist die Eisele mit Eislaufen oder dann Eishockey eine sehr gute Alternative. Gott sei Dank hat am Stetten eben eine Halle. Genau, das steht auf alle Fälle, um die uns wirklich ganz Niederösterreich beneidet, das muss man auch dazu sagen. Ja, und dann noch natürlich im Hintergrund. Wir haben ein paar sehr, sehr fleißige Helfer, die sich extrem bemühen. Wir haben einmal an einem Sonntag eine Viertelstunde Trainingseinheit gehabt mit den U10, U12 Kindern während dem Publikumseislaufen. Da haben wir Kinder gesehen mit den Eltern, wie da die Kleinen herumflitzen und sind dann zu uns zum Training gekommen. Und einen Eislaufkurs haben wir das ganze Jahr hindurch, den der Jakob auch mitorganisiert an der Maisstadt. Und durch das haben wir jetzt über 45 Kinder im Alter von zwölf Jahren und jünger. Der jüngste ist sechs, glaube ich, fünf oder sechs. Also von dem her sind wir extrem euphorisch eigentlich schon für nächste Saison. Kann man nämlich sein. Was lernt man da alles beim Eislaufkurs? Frage ich gleich den Fachmann Jakob. Ja, der Eislaufkurs ist eigentlich gedacht für wirkliche Eislaufanfänger. Also die Kinder, die vielleicht sogar noch nie am Eis gestanden sind. Wir unterstützen die dabei, Nummer eins mit Fahrhilfen, Nummer zwei mit dem, was wir glauben, selbst zu können. Und das wollen wir dann auch weitergeben, logischerweise. Und fangen wirklich mit den Kindern von ganz, von den Basics an und unterteilen die natürlich in Gruppen und schauen, dass wir die Kinder, die schon etwas weiter sind, vielleicht dort fördern, wo es schon möglich ist. Und die kleinen Kinder eben, denen den Spaß am Eishockey zu zeigen oder am Eislaufen überhaupt. Es muss ja nicht sein, dass jeder noch aus dem Eishockey kommt. Natürlich wäre es gewünscht. Aber hauptsächlich sollte der Spaß für die Kinder im Vordergrund stehen und dass die wissen, dass es in Amstetten auch möglich ist, Eishockey zu spielen und Eislaufen zu gehen. Und ja, genau, der Spaß steht im Vordergrund. Man braucht also nicht mehr auf die Minustemperaturen warten, sondern in Amstetten geht das, wie gesagt, in der Halle und man kann es eben topmäßig lernen. Nächste Frage, und zwar gleich mit dem Hinblick auf die neue Saison 16-17. Gibt es irgendwelche Abgänge, Zugänge bei den EZO am Städtener Wölfen? Also, da war er, wie es man nur... Friedl, Andi bleibt uns erhalten. Der Lukas, der Bruder ebenfalls, wahrscheinlich. Schauen wir mal, der hoffentlich, dass er nächstes Jahr dann öfters kommt. Er war ja, war ein Grund vielleicht im zweiten Spiel, dass er ein bisschen knapper war, als er das zweite Spiel nicht spielen konnte, weil er beruflich in München draußen war. Oder ist. Schauen wir mal, ob er nächstes Jahr öfters kommen kann. Wir haben einmal einen fixen Abgang, das ist der Holzerbaul. Der geht beruflich nach Amerika. Das ist natürlich auch nicht so schlecht, das muss man nutzen. Da wünschen wir mir alles Gute. Und jetzt haben wir wenigstens ein Urlaubsziel. Da haben wir ja auch berühmte Vertreter im S-Hockey in Amerika. Von dem her passt das nicht so schlecht. Neuzugänge, schauen wir mal, wer von unten nachkommt. Also, wir wären jetzt sicher nicht am tollen. Also, die Devise bleibt, auf dem Nachwuchs sich zu konzentrieren und von hier eben Neuzugänge zu lukrieren. Genau, auf alle Fälle. Und die Mannschaft so wird ziemlich beieinander bleiben und wie gesagt von unten nachher aufholen. Und dann schauen wir. Ich habe ja eingeleitet, das Eis ist ja leider bereits seit einiger Zeit geschmolzen. Was macht ein Eishockeyspieler nun bei geschmolzenem Eis? Er fährt Inlineskaten. Ganz genau. Hier gibt es auch Turniere. Vielleicht einige interessante Informationen von deiner Seite. Ja, eben gestern am Sonntag sind wir Landesmeister im Inline-Hockey geworden. Die Amstettener Shadows. Es ist im Prinzip eine Spielgemeinschaft mit dem ECU, den Amstettener Wölfen. Mit einigen anderen Spielern, die nur Inline-Hockey spielen. Und einigen wenigen, die nur Eishockey spielen und nicht Inline-Hockey. Und es ist im Prinzip ähnlich wie Eishockey, nur auf Rollschuhen und mit einem Ball statt einem Puck und das Ganze am Asphalt. Ich wollte aber gerade fragen, es sind ja doch Unterschiede, auch wenn es vielleicht ähnlich ist. Aber ist es schwierig für einen Eishockeyspieler dann plötzlich eins zu eins auf die Inlineskater umzusteigen? Ich würde sagen, es dauert vielleicht zwei, drei Trainings, damit man sich an die Rollen gewöhnt. Und natürlich die gleichen Bewegungen wie am Eis sind nicht möglich. Wie zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, mit Rollers geht es bremsen. Das funktioniert natürlich anders wie am Eis. Und von dem her würde ich sagen, ja, zwei bis drei Trainings. Und dann hat man aber das wieder drinnen. Und dann funktioniert es ja vom Technischen im Prinzip oder vom Taktischen wie Eishockey. Gibt es da auch spezielle Schuhe dafür? Oder haben die auch so, wie wir kennen, von den Sportgeschäften mit den tollen Stoppern? Nein, solche sind es nicht. Das schauen aus wie Eishockeyschuhe im Prinzip. Genau gleich nur, dass statt den Kufen unten Rollen drauf sind. Und ein bisschen verstärkter, damit sie nicht so schnell abgenutzt werden. Und es gibt auch jeden Freitag ein Kindertraining, wo halt Kinder inlineskits einfach kommen und dann kann man dort Inlinehockeltraining auch machen. Wo findet das statt? Und zwar hinterm Union-Fußballplatz bei den Tennisplätzen. Also hinter der Eishalle eigentlich, kann man sagen. Aber am besten Informationen wahrscheinlich auch auf eurer Homepage zu finden. Genau. Die da lautet, vielleicht ganz kurz für unser Publikum. www.ecu-amstettenerwölfe.at ist die vom Eishockey und dort findet man auch die Verlinkung zum Inlinehockey und alle Informationen dazu. Also vielleicht einfach einmal reinklicken auf diese Homepage, dann erfahren Sie eben alles Wissenswerte, was auch so über den Sommer passiert. Genau. Saisonstart ist wann wieder? Vielleicht blicken wir in die Zukunft? Wir haben nächstes Saison länger Eis, das heißt wir fangen schon Mitte September an, dass wir schon Eis haben. Und da werden die ersten Trainingslager dann schon stattfinden, also wir werden mit Nachwuchs dann am Wochenende ein Meister und auch die erste Mannschaft. Es wird auch wieder alles auf unserer Homepage stehen, beziehungsweise werden wir einen Elterninformationsabend wahrscheinlich Ende August, Anfang September machen. Es wird auch auf unserer Homepage stehen, da können auch Eltern, wo die Kinder noch nicht Eishockey-Spielen hinkommen, dass sie sich immer informieren, wie das ausschaut. Vielleicht werden wir dort einen kleinen Ausrüstungsbasar machen, für die Kinder, die außergewachsen sind, dass die wieder weitergeben werden. Und ja, dann werden wir Mitte September in die Eishockey-Saison wieder starten. Diese Information, wie gesagt, auf eurer Homepage und natürlich auch exklusiv auf M4 TV. Ich sage immer Danke, wünsche euch noch jetzt eine schöne Sommerpause. Hoffentlich, dass ihr euch auch fit hältst natürlich. Natürlich. Leider September ist gleich wieder da. Danke fürs Kommen. Danke an Sie ebenfalls fürs Zusehen. Das war es wieder mal vom Sport auf M4 TV. Mein Name ist Günter Berger und Sie sind im Bild. Der Sport auf M4 präsentiert von Intersport Wenninger. Sport to the people.